Was ich dazu sagen kann, dass wir zum größten Teil gut gestanden haben, jetzt ungewöhnlicherweise ein Standard-Gegentor bekommen haben, aber aus dem Spiel heraus sehr, sehr gut verteidigt haben und ja, das sollte ja im Maßstab sein. Ich glaube, wir haben auch sehr intensiv trainiert die letzten Tage, aber wie gesagt, im Spiel versucht man das natürlich erstmal hinten anzustellen und versucht dann sein bestes Spiel abzuliefern, um dann halt auch zu gewinnen, auch wenn es nur ein Testspiel ist. Ja gut, die Sprint danach, das ist natürlich immer ein bisschen blöd für den Spieler, dann für den Kopf, aber ich glaube, das haben alle sehr gut durchgezogen und ja, so kann es auch nur gehen.